Haha, hab dich gescammt. Hi Leute, willkommen zu einer heutigen Folge. Heute spielen wir wieder Ninja Legends. Und ja Leute, und heute Leute dachte ich mir mal, versuch mir mal meinen eigenen Fan zu scammen, also einen von euch. Und ich weiß auch schon genau, wen es trifft, Leute. Natürlich scammen wir ihn nicht wirklich, also wir scammen ihn erstmal, wir versuchen es zumindest. Ich weiß ja nicht, ob er sich scammen lässt. Und dann geben wir ihn halt noch mehr Pads zurück. Das heißt, ich scam ja niemanden, Leute. Ich scam ja niemanden, niemanden, wirklich niemanden, Leute. Das heißt, ich werde ihn erstmal scammen und dann halt noch bessere Pads, beziehungsweise noch mehr Pads zurückgeben. Weil er hat ja schon die besten, wie wir wissen, Leute, er hat ja schon diese Dark Elemental hier. Aber wir werden ihn einfach nochmal davon zwölf Stück extra geben. Einfach so. Leute, von diesen Pads verlose ich euch übrigens auch nochmal zwölf Stück in den Kommentaren. Dafür einfach einen netten Kommentar schreiben mit eurem Roblox-Namen. Und ja Leute, ich bin auf jeden Fall immer ziemlich gespannt, ob er sich scammen lässt. Der LW-Simulat. In der letzten Folge haben wir getestet, ob er scammt, Leute. Und ja, da haben wir einfach herausgestellt, dass er ein Fan von uns ist. Und ich denke und ich hoffe, dass ich ihm nachjoinen kann in Ninja Legends. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen gewartet, bis er dann auch in Ninja Legends drin ist. So, dass wir ihm jetzt nachjoinen können, Leute. Und dann halt versuchen können zu scammen mit unserem Hauptaccount. Weil er ist ja ein Fan von uns, Leute. Vielleicht lässt er sich ja dann scammen, Leute. Und ja, dann joinen wir jetzt immer nach, beziehungsweise wir suchen ihn jetzt mal. Gehen jetzt erstmal hier auf die Roblox-Webseite. Und hier haben wir auch schon Ninja Legends, Leute. Hier ist unsere Roblox-Gruppe. Da könnt ihr gerne kostenlos beitreten. Einfach dann hier ungefähr auf den Join-Knopf drücken. Der ist jetzt natürlich bei mir nicht da. Falls ihr ein paar Roblox habt, könnt ihr gerne auch in den Store vorbeischauen. Und euch hier was holen, falls ihr das möchtet. Und ja, Leute. Jetzt suchen wir nach seinem Namen. Und Leute, der Name war LW-Simulator. Drücken wir jetzt in Players und hoffen wir, dass er in Ninja Legends ist. Eben war er noch. Da habe ich gesucht. Und Leute, er ist immer noch in Ninja Legends. Und Leute, er hat uns tatsächlich eine Freundschaftsanfrage geschickt. Und er folgt auch nur einer Person. Das wird, denke ich mal, ich sein, Leute. Ja, genau das bin ich. Und Leute, wir können ihn tatsächlich nachjoinen. Das ist ziemlich nice. Sonst hätte ich jetzt einfach seine Freundschaftsanfrage angenommen. Und dem dann nachgejoint. Aber so geht es dann auch, Leute. Wenn wir hier reinkommen. Hoffentlich kommen wir hier rein, Leute. Komm schon, bitte, 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 bitte. Okay, okay, Leute, joinen wir. Joinen wir. Zack. Okay, er ist in der Lobby, Leute. Er ist in der Lobby. Okay, Leute, und da befindet er sich schon. Der LW-Simulator. Und ich schreibe jetzt mal. Ich schreibe jetzt mal. Hi. Er ist ja offensichtlich ein Fan von uns. Er hat immer noch unseren Merch an, Leute. Der Merch sieht ziemlich cool aus, finde ich. Sieht ziemlich nice aus. Könnt ihr euch, wie gesagt, für fünf Robux nur kaufen, Leute. Okay. Er hat aufgehört zu schlagen. Er schreibt Hi. Ich schreibe mal. Ich schreibe mal cooler Merch. So, Leute. Unsere Aura ist echt viel zu krank. Man sieht meine Klamotten gar nicht, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr schon gecheckt habt, dass wir JojoCraft HP sind. Er schreibt... Oh mein Gott, Jojo. Er schreibt, oh mein Gott, Jojo. Ja, ich bin Jojo. Wir müssen mal schnell unsere Pets angequippen. Und ich hoffe, der hat... Er hat uns selber umgebracht. Oh mein Gott, der hat uns umgebracht, Leute. Der sieht unsere Pets ähnlich, weil das ja wahrscheinlich ausgemacht hat, dass er die Pets sieht. Hoffen wir es mal. Weil dann werde ich ihn jetzt fragen, ob er gerade Pets für uns hat. Also gleich werde ich ihn das fragen. Warum hast du mich getötet? Keine Absicht. Okay, er wusste, was ich schreibe. Okay, super. Keine Absicht, sorry. Okay. Okay. Okay, Leute. Okay, Leute. Er kennt uns auf jeden Fall und kann ja einen Screenshot haben. Äh, gerne. So, Leute. Dann stelle ich mich einfach mal hier hin. Dann kann er hier hinkommen und einen Screenshot gerade machen. Okay, Leute, er hat jetzt einen Screenshot gemacht. Ich schreibe jetzt mal, hast du ein paar Pets für mich? Wurde gescannt. So, Leute, mal schauen. Ich habe geschrieben, hast du ein paar Pets für mich? Wurde gescannt, Leute. Ich wurde natürlich nicht gescannt. Ich habe hier echt ordentlich viele Pets, Leute. Er schreibt, ja klar. Okay, dann trainen wir ihn mal. Mal schauen, wie viele Pets er für uns hat. Wie viele? Mal schauen, wie viele er uns jetzt gibt. Okay. Oh, Dark Elemente. Die besten sogar, Leute. Die besten. Die besten, die es gerade gibt. Gibt ihr uns die wirklich jetzt? Gibt ihr uns die einfach? Leute, wir haben ihn gescammt. Also, natürlich kriegt er gleich die Pets zurück. Wir haben ihn jetzt erstmal gescammt, Leute. Ich schreibe, ich schreibe. Danke dir. Außerdem wollte ich sagen, Leute, es ist ja momentan dieses Eckhand-Event hier. Und beim Eckhand-Event gibt es auch das Video-Star-Eck. Und das kann man verteilen, wenn man über 100.000 Abonnenten hat, Leute. Und ich verspreche euch, wenn ich nächstes Jahr die 100.000 Abonnenten habe, zu der Zeit, dann werde ich euch so viele Ecks davon geben, wie ihr nur wollt. Das heißt, falls du noch nicht abonniert hast, dann tu das auch jetzt gerne. Einfach mal kostenlos. Und lass mir wieder auch mal einen Daumen nach oben da, Leute. Schaff mir die 1.000 Likes, Leute. Ich verlose für jeden fünften Like ein Robux. Genau, ein Robux, Leute. Für jeden fünften Like. Das heißt, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Und wie gesagt, auch ein Abo, Leute. Weil wenn wir nächstes Jahr die 100.000 Abonnenten zu der Zeit voll haben, dann schenke ich euch die ganze Zeit diese Ecks. Ich versuche mein Bestes dann zu geben, um jedem von euch so einen Ecks zu geben. In Deutschland gibt es ja ein paar Leute mit der Starschleuder, aber leider verwenden die die nicht so wirklich, weil sie außerhalb von Aufnahmen keine Roblox spielen. Und ich tue das auf jeden Fall. So, Leute, mal schauen. Hat der noch was geschrieben? Er schreibt, bitte. Okay, ich schreibe mir jetzt einfach, Haha, hab dich gescannt. So, mal schauen, wie er jetzt reagiert. Nein, ich will keine Duells haben. Machen wir das aus, Leute? Er schlägt nicht. Das heißt, ich denke, er ist am Tippen. Er schreibt, nein, warum denn? Weil ich dir diese Pads nie wiedergeben werde. Hahaha. Leute, wir werden ihm diese Pads auch nicht wiedergeben. Wir werden ihm nämlich noch mehr zurückgeben. Boah, warum ist das so gemein? Leute, wie gesagt, ich bin nicht gemein. Die scammen ihn ja nicht, aber er soll denken, dass ich ihn scamme. Wie gesagt, nur für die Aufnahme. Äh, weil ich die brauche. Und gerne Leute abziehe. Leute, nein, das tue ich natürlich nicht. Ich ziehe nicht gerne Leute ab. Ich habe noch nie jemanden richtig gescammt, Leute. Also macht euch da keine Sorgen. Wie gesagt, was Scammen angeht, Leute, lasst euch nicht scammen. Gebt niemanden Pads oder sowas. Äh, falls sich jemand fragt, kann ich mal deine Pads haben, um Kisten einzusammeln oder kann ich deine Pads haben, um sie zu klonen? Gibt sie nicht. Dann könnt ihr auch nicht gescammt werden, Leute. Weil wenn ihr niemanden eure Pads gebt, auch nicht euren Freunden, Leute. Ich habe schon gelesen, dass Freunde von Freunden niemanden gescammt haben. Leute, wenn ihr niemanden eure Pads gebt, dann könnt ihr auch nicht gescammt werden, Leute. So einfach ist das. Und, äh, ja, ich habe jetzt mal geschrieben, weil ich die brauche und gerne Leute abziehe. Mal schauen, was er jetzt schreibt. Leute, ja, okay, er hat Manu geschrieben. Okay, ähm, ich schreibe jetzt mal diesen Emoji hier, Leute, den hier. Diesen ganz, diesen ganz fiesen. Äh, Leute, ich will eigentlich hier gar nicht so gemeint sein, vor allem, weil das ein Fan ist. Ich liebe ja meine Fans. Ihr seid ja die Besten, sondern ohne euch wäre ich ja gar nicht hier, wo ich jetzt gerade bin, Leute. Ähm, mal schauen, was er jetzt schreibt. Er schreibt Manu. Ich gehe jetzt weinen. Oh nein, Leute, nein. Ich will das jetzt nicht, dass er weint. Okay, trade mich. Ich habe eine Überraschung. Leute, was, was das angeht, Leute. Geht nie wegen einem Spiel weinen oder so. Falls ihr gescannt habt oder so, weint nicht, Leute. Es bringt euch nichts weiter. Okay, er tradet mich, Leute. Weint nicht. Es bringt euch nichts. Wir geben ihm jetzt hier, äh, Pets. Der hat uns sechs Stück insgesamt gegeben. Wir werden ihm jetzt einfach 18 Stück geben, Leute. Leute, wir werden ihn jetzt nochmal traden. Kriegt er jetzt erstmal das Doppelte zurück. Das heißt, ihr kriegt jetzt noch hier die. Einfach noch ein paar Level 200er, Leute. Und dann kriegt ihr jetzt sogar nochmal welche. Nochmal traden. Okay, Leute, nochmal welche. Jetzt hat er 18 Stück davon bekommen. Das müsste auf jeden Fall jetzt ausreichen. So, jetzt schreibe ich nochmal den hier. Einen glücklichen Smiley. Wie gesagt, ich scamme dich. Falls du das Video hier siehst, Grüße gehen raus an dich. Ehrenmann, Ehrenfan, Leute. Drehen wir mal unseren Kopf ein bisschen. Nice, Leute. Schreibt, oha, danke. Kein Problem. Bist im Video. Mal schauen, wie er jetzt reagiert, Leute. Jetzt müsste der eigentlich richtig ausrasten. Ich lasse ihn aber erstmal ausschreiben, falls er noch was schreibt. Ich warte mal kurz ein bisschen. Ja, was ist das richtig aus, Leute? Ich schreibe jetzt ein bisschen im Video. Der freut sich gerade, glaube ich, richtig, dass er die Pads jetzt bekommen hat. Scheint als ob. Locker kommt jetzt noch ein Oh mein Gott. Ich kann, ich verlegte, Leute, jetzt steht da Oh mein Gott. Als nächstes kommt Oh mein Gott. Das ist immer so, Leute. Das ist immer so. Ich hab's euch gesagt, Leute. Oh mein Gott. Ich hab's euch gesagt, Leute. Ich hab's euch gesagt. Ja, aber der hat ja uns auch geholfen, Leute. Er hat uns wieder geholfen und so. Also, ziemlich cooler Fan auf jeden Fall. Grüße gerne raus an den. Und grüße gerne auch natürlich raus an euch, Leute. Er ist hier am Farmen. Ich mag meine Fans. Zack. Warte, ich hab jetzt mal gefragt, ob er noch ein 1 versus 1 will. Dann gehen wir mal ins nächste Duell rein, falls er das möchte. Das startet in 90 Sekunden. Okay, er schreibt ja gerne, Leute. Das heißt, wir warten jetzt noch diese 77 Sekunden und gehen dann mit ihm in ein Duell. Und ihr werdet jetzt sehen, wie diese 77 Sekunden innerhalb von 3 Sekunden oder noch schneller runterrattern, Leute. Jetzt. Okay, Leute. In 3 Sekunden geht's jetzt ins Duell rein. Dann werden wir mal gegen ihn kämpfen. Mal schauen, wer gewinnt, Leute. Vielleicht gewinnt er ja sogar. Wenn er sich wünscht ein Duell, dann machen wir ein Duell, Leute. Okay, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Da oben ist er, Leute. Okay. Jetzt bringen wir hier hoch. Hier ist sogar noch jemand drin. Wer ist er denn? Er ist einfach auch ins Duell reingegangen, Leute. Okay, ich weiß jetzt nicht, wer von den beiden er ist. Okay, Leute. Da ist der Random. Okay, kennen wir erstmal den Random. So, Leute. Komm schon, stirb. Ja, okay. Der Random ist tot, Leute. Und jetzt da unten ist er. Okay, Leute. Das ist Zeit für ein Duell. Let's go. Ein bisschen rumspringen. Komm schon. Ich habe ein bisschen mehr Jumps als er, glaube ich. Ich habe auch unendlich Shurikens. Das ist eigentlich nicht so fair. Aber, Leute. Er macht sich ziemlich gut. Er ist ziemlich gut am Ausweichen hier. Versuchen wir mal mit unseren Schwertern zu treffen. Okay. Er weicht ziemlich gut aus. Er springt richtig gut rum hier. Okay, okay, okay. Er ist fast aber tot. Ich sehe seine Leben, Leute. Der ist echt lowlife. Komm schon immer wieder auf den Boden. Dann müssen wir ihn abwerfen. Aber er tut das ja wahrscheinlich auch. Okay, okay. Oh, Gott, Leute. Die Shurikens haben mich fast getroffen. Oh, das Duell endet in sechs Sekunden, Leute. Ich muss ihn jetzt schnell töten. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm her. Komm her. Ich bin erster, Leute. Ich habe ihn noch gekillt. Nice, Leute. Okay, dann habe ich ihn noch gekillt. Dann würde ich an der Stelle auch die Folge beenden. Wie gesagt, Leute. Abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke für weitere Videos. Hoffentlich noch ein bisschen mehr Ninja Legends, weil Ninja Legends ist langsam so am Aussterben. Dazu wollte ich auch noch ein Video machen, Leute. Like da das Video, falls es dir gefallen hat, Leute. Ich scame, wie gesagt. Niemand, Leute. Werdet auch nicht gescammt. Also gebt niemanden Pads und scammt auch bitte niemanden, Leute. Das ist nicht so nett. Mal schauen. Ich frage mal, hast du noch letzte, letzte Worte? Zack. Und ja, Leute. Auf jeden Fall war es dann mit der Folge. Ich warte jetzt noch hier, bis er geschrieben hat. Dann lasse ich ihn auch noch hier die letzten Worte sagen. Danke, dass ich ein Video zeigen darf. Kein Problem. Danke für die Pads. Okay, Leute. An der Stelle will ich dann noch die Folge beenden. Wie gesagt, hau dir rein und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.